Aloha und weiter im Text mit Mario Kart Double Dash. Ich bin immer noch zu zweit mit Anna. Mal lustloser hier. Peinlich. Ich fahr jetzt mal mit Donkey Kong. Das ist Mario. Ja, ich hatte gerade das Donkey Kong Auto. Nein, ich hatte gerade das Donkey Kong Auto und eigentlich war mein Kommentar auf das Auto bezogen. Nein, ich fahre mit Vario. Habe ich noch nie gemacht, weil ich Vario nicht leiden kann. Mal abgesehen davon, dass die schweren Autos blöd zu fahren sind. Ja, aber das ist dein Problem. Ja, das ist dein Problem. Aber dafür habe ich den Vorteil, wenn ich andere Leute ranke. Nicht zum Beispiel. Ja, aber das ist ein Achteil. Na, das lag jetzt aber an der Banane. Nicht an meinem Auto. Aber es ist mein Kolosseum. Das muss doch irgendeinen Vorteil nehmen. Nee. Aber irgendwie. Wey. Ähm, ja. Das war meiner. Ja. Gemerkt. Schön, oder? Ja. Verdammt, der Panzer. Oh. Yay. Habe ich mir einen gefunden, den ich überholen kann? Und warum? Nein! Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht? Anna, kannst du mir das verraten? Weil die Welt gemein und hästlich ist? Welch schöner Spruch heute Mittwoch. Abend um 18.07 Uhr. Warum Abend? Später Nachmittag. Das ist Abend. Okay. Feuerabend. Am Frühabend. Für mich fühlt es sich an die späte Abend. Ja, für mich fühlt es sich gerade auch an die späten Nachts. Oh, ich verstehe nicht, wie gewisse Leute um drei und nachts auf mich öffnen. Aber naja. Ich bin noch ein normaler Mensch. So weit es geht. Egal. Vergessen wir diese Aussage. Und ich hole jetzt einfach mal auf. So ein guter Plan. Ja. Genau. Und ich bin noch vor bösen Fieberberufen vom bösen Items geschützt. Jedenfalls einmal noch. Oh Gott. Und ich habe so viele Pilze. Ist das schön. Geh weg. Geh weg. Waluigi. Geh weg. Ähm. Ich möchte nicht fallen. Okay. Die Banane nimmt mich mit. Zwar verschwende ich jetzt das letzte Schutzherzchen. Aber... Ja. Ja, Janice hat sich da sehr pikiert darüber, dass ich von Herzen bin. Herzchen ist auf ein bescheuertes Wort. Ja, sie meint, Trude. Du bist du davon mit Herzen unerhaltet? Ich bin in der Reihe. Klug. Ich bin so klug. K.L. 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 Was zur Hölle? Das ist mir noch nie passiert im Colosseum. Den Zug hört keiner. Warum bist du auf dem zweiten Platz? Ich bin's halt. Das war kein Zitat. Äh. Nein. Das war überhaupt kein Zitat. Na und? Das war kein Zitat. Hm. Erster von hinten. Mach dein Auto kaputt. Mach ich nicht. Ach, mein Rücken. Mein Rücken. Mir tut so der Rücken weh. Ah ja. Alte Frauen. Du bist älter als ich. Mir tut ja auch was weh. Nichtsdestotrotz bist du auch alt. Mach mal weiter. Dino Dino Dschungel. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich am Special Cup so liebe. Ich weiß nicht, wie oft ich auf dieser Strecke schon runtergefallen bin. Jetzt! Yay! Oh, toll. Mein Turbo-Start hat sehr süge gemacht. Und mit allen anderen auch einen Turbo-Start. Yay! Scheiße. Oh! Böses Mann. Böses Mann! Das fiel heute schon so oft. Aber warum benutze ich den Ketten? Das ist doch dünn. Wieso? Oh, jetzt geht's. Na ja, ich hatte Angst, dass der weggeht. So, so, während ich dann auf der Brücke bin. Und du durch die Gegend geschleudert wirst. Richtig. Aha. Verstehe. Ist aber... Hast du das gerade gesehen? Ja, weh. Das war gecheatet. Ja, voll, weißt du? So voll und so. Jetzt runterfallen müssen, Mann. Das war cool. Die letzten zwei Räder, die sind so gefahren. Die haben sich noch gerade so hochziehen können. Oh, sie sind voll. Auf dem Zahnfleisch kriecht vor sie. Na, der hatte... Brümms! Nein! Dino? Dino, Dino! Oh, Dino, Dino! D-d-d-d-d-d-d-d-d-dino! Oh, du bist ihm gegen's Bein gefahren. Entschuldige dich bei ihm. Ich hab mich doch gedreht. Dem Vieh macht das nix. Mal abgesehen davon, dass das ausgestorben ist. Ich bin ins Wasser gefallen. Hab ich gesehen. Und du tust nichts dagegen. Oh, oh, nein! Ich hab mich gerade noch... Okay, ich würd sagen, ich hab die Runde auch verloren. Mann, oh. Boom. Yoshi heulte fast. Ja. Ist halt auch... Traurig. Oh, Gott. Und ich bin in der Fontäne gerade noch so hoch. Und dem Panzer gerade auch. Okay, den musste ich mitnehmen. Nein! Aber wie nett, dass man nicht von unten wieder anfangen muss, wenn man von unten darf. So. Ich bin Zeus. Oh, dann hast du sehr viele Kinder. Ja. Aber ich bin Zeus. Ich kann mit Blitzen schmeißen. Äh, was war das gerade nochmal für ein Ding, was ich geschmissen hab? Äh, Wetter. Wetter. Strom und so. Ey, das war schon wieder die gleiche Stelle, wo ich runtergefallen bin. Tja. Manu. Wer ist Manu? Kann sich nur noch um Jahre handeln. Jetzt ist es schon fast nicht mehr peinlich. Jetzt ist es einfach nur noch Running Gag. Oh, Gott. 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 Boah. Da kamen mir drei Pilze. Oh. Das bringt's jetzt, weil der erste schon längst im Ziel ist. Und ich bin noch lang nicht im Ziel. Ich werde der erste von hinten sein. Wieder mal. Oh, Gott. Oh, ich bin endlich angekommen. Auch schon. Ja, ist gut. Die Musik ist traurig, weil wir verloren haben. Ich würde mal vermuten, dieser Part wird länger, weil ich den Cup drin lasse, so wie er ist, und ich ihn nicht mehr zwischendrin schneide. Sonst geht uns wieder Videomaterial verloren. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Okay. 3, 2, 1, und los! Flieg, Mario, flieg! Äh, okay. Dummes Kind, dummes Kind. Äh. Ich helfe dir eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Was? Das ist gar nicht das Schnaufe, eigentlich. Ich glaube nicht. Das ist schon ganz, ganz, ganz lange her, seit ich den Einzel-Airboot hochgeladen habe, seit ich zu Puff gemacht habe. Ähm. Ach, nee, gar nicht. Ich habe die, äh, die Strecke hier im Einflamen, wo du das spielst. Gar nicht gemacht, ne? Ja, stimmt, weil das nicht hergeschaltet war. Die habe ich ja mit Janice da gemacht. Ja. Die muss ich auch noch aufnehmen. Schiebe ich dazwischen, weil ich das im Hunderten habe. Also dann, wenn ihr das seht, habe ich die schon hochgeladen. Und ihr werdet euch nennen. Und ihr werdet euch wundern, hä, wieso denn? Und ich bin oben. Nee, das ist total sinnlos. Ihr versteht mich schon. Irgendwie. Hoffentlich. Vielleicht. Und welcher Idiot hat da einen roten Panzer hingelegt? Keine Ahnung. Hingelegt? Ich meine nicht mal abgeschossen, sondern hingelegt. Ich habe dich schon verstanden. Meine Lippen sind trocken. Ich kann nicht mehr machen. Meine brennen. Oh yeah. Ich hätte keine Träume, was ich so essen sollte. Tja. Haben wir im Chemieunterricht gelernt, wenn man eine Lasagne vier Tage im Kühlschrank stehen lässt in einer metallenen Kasserole. Darum ging es eigentlich nicht. Aber erklär doch dein tolles Wissen. Nein. Nein, jetzt will ich nicht mehr. Ja, jetzt haben wir keine Wissen mehr. Das interessiert sowieso keinen. Wenn es niemanden interessieren würde, würde er sich nicht meinen Let's Play anschauen. Ich meinte den Schwachsinn, das ich mir nicht mehr als. Elektrolyse ist interessant, Mann. Voll. Warum tue ich mir das eigentlich noch an? Weil du Wissen bist. Ne, ich wollte eigentlich noch zu Frau Baumann gehen vorletzte Woche und das abwählen. Hast du aber nicht. Und wenn du jetzt abwählen gehst, fällst du in Lava. Ja, ich darf Chemie nicht abwählen. Man hat gerade vielleicht gehört. Warum? Das meinte ich jetzt nicht, aber so passt ja gerade gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Ja. Nein. Doch. Irgendso. Ebel. Äh, geh mal hoch. Danke. Oh Gott. Wo are you talking to? Äh, zum Tappen. Boom. Ding. Und so. Der, äh... Das Steinchen. Der Stein da, der da so hoch und runter abwählen ist. Oh Gott. Ähm. Warum drifte ich mich? Und ja, ich habe deine Korrektur zugelassen. Das heißt, driften, das Leiden und driften ist richtig. Auch ich mache Fehler, auch ich lasse mich springen. Aber auch nur um selber. Ja, aber ich lasse es manchmal zu. Ähm. Nein! Ich würde sagen, heiß. Heiß. Nein. Okay, ich fahr auf. Schlecht für die Autos. Gern geschehen. Mann, so ein Käse, ey. Du ein Käse, Mann, ey. Nicht lustig. Doch. Und, ah. Schon. Bisschen. Das war knapp. Ich weiß. Cool. Ewe. Nicht, nicht. Oh Gott. Nein. Sie wollte mich verprügeln, erwürgen, töten. Und ihr wart live dabei. Hier übertreibt mal wieder jemand gar nicht. Nee. Ich muss mich mal kurz strecken. Mh. 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 Genug auf der Streckbank gestreckt. Weiter geht's zur nächsten Strecke. Haha. Oh Gott. Oh, wir sind schon auf dem Regenbogenboulevard? Ja, wir sind gleich fertig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde runterfahren. Ich auch. Ich sehe das so schlecht. Und so viele gute Farben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann auch unter sie fallen, aber ich bin's nicht. Geschehen. Ich hab mich grad noch so geschafft. Ähm. Mh. Ja. Du hast mich überholt. Das kann ich so nicht. Ähm. Das kann ich so nicht akzeptieren. Ähm. Ähm. Merkst du, wie es mich interessiert? Ja. Boah. Ich hab's geschafft. Und es war unklug, den Stern jetzt zu benutzen. Ja, das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Denn er hat mir nichts, aber auch gar nichts. Ah, ich bin wieder runtergefallen. Dann macht's mir das zu gut. Cool. Ja, habt's am Ende. Yay. Wie geht's? Jetzt hat mich nach einem Rutschen mit dem Regenbogenboule zu. Ähm. Wohl. Ähm. Wollen wir? Ich bin wieder selber reingefahren. Ja. Weil ich ihn in dem Kreisel... Ihn. Weil ich sie in dem Kreisel geworfen hab. Der Bombe. Der Bombe. Ähm. Ich hab ein Bombe. Ein Lägelbombe. Und wenn ihr da nicht mal... Ich drück auf ein Knöpp hier. Mhm. Ich wollte sagen, ich hab ihn da in diesem Kreisel geworfen. Sie! Deutsches Spiele. Fahrrückwärts. Okay. Warum nicht? Ich hab ihn da in den Kreisel geworfen. Ich hab die Bombe in dem Kreisel geworfen. Die Bombe. Die Bombe. Den Bob-Om. So. Haha. Und... Mann! Ich komme ja echt nicht zum Reden. Äh. Und... Deshalb ist die explodiert, als ich da reingefahren bin. Und deswegen bin ich da reingefahren. Weil ich sie in einem Kreisel geworfen habe. So. Verdammt, ey. Oh. Ich fahr einen Meter und fall runter. Dann fahr ich wieder einen Meter und fall wieder runter. Ich fahr runter. Dann fahr ich einen Meter und fahr in einen gefickten Fragezeichen-Block. Und das waren zu viele Fs und Vs. Wo war denn ein V drin? Gefickter Fragezeichen-Block. God. Oh, God. Oh, God. Hier ist halt echt ein bisschen mehr anzufangen. Nee, und... Oh, God. Oh, God. Oh, God. Der 150er-Modus ist mir zu schnell. Ich fahr lieber Kettenkarussells oder so. Die überhaupt nicht schnell sind. Ich fahr auch keine Kettenkarussells-Kerne. Ach so. Ich mag. Mhm. Ich sag ja, wir müssen uns total hassen. Wir geben auch das Gegenteil von dem, was wir... Aber sonst mögen wir eigentlich ziemlich viel auch so gemeinsam. Ja, das stimmt. Also, ein Gesetze mal aus dem Rennen. Ähm. Ja, ich wäre dafür, dass man dann Drift ist, wenn es voll ist, Mario. Und... Schade. Schade. Ja. Wenn wir mal überlegen, was uns verbunden hat, so als wir uns kennengelernt haben. Vor allen Dingen, wie wir uns genannt haben. Das war noch besser. Ja, das ist lange her. Ähm. Mein Laptop stirbt gerade. Er atmet gleich wieder ab. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht. Dieses... Dezente... Ja, ich kicke dir mal an, wie bald weg ich bin. Ja, ich kicke mir das an, Ma. Dann kam schon wieder die Berliner Schnauze durch an. Schlimm. Oh Gott, und ich quietsche zu viel, wenn ich müde und erschöpft bin. Ich sollte heute gar nicht aufnehmen. Ich bin viel zu kaputt. Gestern wäre noch besser gewesen. Ja, gestern, nach drei Stunden Shopping. Shopping. Oh, hallo und herzlich willkommen, eigentlich mal weiter mit Lexi. Mario-Kanzer, der ist schon mit. Ich bin wieder. Nein, eigentlich bin ich wieder. Ich zeige euch jetzt alleine diese Strecke, weil Anna ist im Ziel und ruht sich auf ihren Lorbeeren des siebten Platzes erst. Ja, ich bin gut. Ähm. Ich krieg dauernd Pilze. Und sie haben trotzdem nicht geholfen. Yay. Gut, wir haben die 20 Minuten fast voll. Wir schauen uns noch die triumphale Siegerehrung an. Ich strecke mich gerade schon wieder, mir tut der Rücken weh. Ähm. Anna ist auf dem vierten Platz, oder? Ja. Ha! Jetzt in der letzten Runde nach abgestiegen. Cool. Jetzt hol dir einen Pokal. Was ist eine Siegerehrung. Wir kriegen nicht mal Credits. Wir waren zu schlecht. Ich mag keine Credits. Äh, ja. Dann würde ich mal sagen, das war's mit Mario Kart Double Dash. Das war dieses Projekt. Wir haben ihn, haben es glorreich beendet. Wir sind so super gefahren. Wuhu. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht bei einem meiner anderen Projekte. Und bis bald. Und dari. Bis bald.